...hinsetzen, wo auf einmal Feinde rauskommen. Allein schon aus Prinzip. Ist ja auch cool. Okay, da unten gibt's nix mehr. Das ist so schön gegrafikt wieder mal. Gegrafikt, gutem Deutsch. Herz! Hui! Schade, dass es da noch Lumps gibt, wenn nicht mal schon. Weißt du, das ist wieder das Gute von den Kleinlingen. Weil die kriegen das hin. Alter. Ja, kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Das ist sowas von Rayman 2 mal wieder hier. Hui! Glück gehabt. Komm, gib raus, was du hast. Das lebe, das Gamepad. Hey, es macht so Spaß, auf dem rumzudrücken. Schade, dass das Projekt ist, nachdem hier folgt, nix mit Gamepad wird. Man kann zwar GTA Vice City. Jetzt hab ich's angekündigt. Boah, jetzt haben wir sie auch noch Trollspinnen. Äh, man kann zwar GTA Vice City sehr gut mit dem Gamepad spielen, aber das ist nicht so mein Stil. Boah, ist das krank. Hahaha. Voll getrollt. Hab ich dich mal getrollt, hä? Hey, hör auf mich zu trollen. Hör auf mich zu trollen. Yeah, paar zu wenig noch. Das Herz da oben wird mir hoffentlich noch... Ja, genau, da hab ich 300. Sehr schön. Ach, verdammt, jetzt wollte ich grad zurück, weil ich glaub, da haben wir ein Secret verpasst. Wir haben nämlich noch kein Secret hier drin gefunden. Eigenartiges Verhalten. Ja, übertreib. Dich mag doch keiner, hä. Das gibt's doch nicht. Na okay, ging eigentlich ganz gut, ne? Aber wo sind die Secrets? Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Ja, wir brauchen eh keinen Lums. Dankeschön. Bam. Ach, daneben. Einen Secret haben wir gefunden. Aber das andere? Ich wette, das war da, wo ich auf einmal zu schnell war. Denk mal, da ist es versteckt. Allgemein sind die ja wunderbar versteckt. Ich mein, man erkennt so richtig, die Blätter, die dann weggehen und sowas. Ist einfach schön gemacht. Aber auch hier haben wir ja, naja okay, einen Elektron zu wenig. Aber ansonsten haben wir auch hier eigentlich relativ gut aufgeräumt. Juhu, das wird ein Kelch. Da könnte man schon fast ein Minecraft rauscraften, was die hier uns gerade an Elektrons geben. Oder einen Eimer. Guckt's euch an. Wir haben einen Eimer. Einen Eimer mit extra Eisen. Ich finde es ja auch immer so schön, wenn Minecraft in den Texture Packs die Eimer aus Holz sind, zum Beispiel beim Honeyball. Und dann erzähl mir mal bitte noch einer, warum ich dann diesen Eimer bitte schön aus Eisen crafte. Verstehst wer will? Ich muss es nicht verstehen. Wie viel brauchen wir? 140. Alter. Böses, böses, böses Monster im Fluss. Ach, diese Grafik. Mit diesen Vögeln. Mit dem Schatten. Und dem Rayman. Toll. Hey, es sieht einfach so schön aus, dieses Spiel. Das ist also die Grafik kriegt von mir 20 von 10 Punkten. Mindestens. Klasse Idee übrigens, hier so durchzugehen. Ach, Mann. Das hätte klappen können. Ich hätte nur draufbleiben müssen. Hey, hör auf damit. Stirb. Das hat er verdient. Nur Scheiße gemacht. Nur Scheiße. Könnte ich gerade kaputt schlafen. Wo kommen diese Lummies denn eigentlich her? Die habe ich gar nicht herfliegen gesehen. Hep, hep, hep. Bam. Stirb. 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 Ach, das war sogar das Auge. Ein Glück, dass wir da nicht reingegangen sind. Da oben haben wir nichts mehr. Also geht's weiter. Hm, ein König. Eure Majestät, darf ich bitten? Abwärts. Tja, und wo geht's jetzt hin? Gib mir den. Ah, cool. Hat sogar geklappt. Man kann Blasen damit kaputt treten. Das habe ich mit den Dinger rausgefunden. mit unseren kleinen Kleinlingen. Ah, cool. Zum Laufen. Sehr cool. Ach, dat. So ist dat gedacht. Das ist ja auch sehr cool. Mit Löchern in Bäumen. Nein. Jetzt wollte ich ihn gerade holen. Alles deine Schuld. Ich hau dich da durch. Hm. Hm. Wie kann es sein, dass ich da unten nicht hinkomme? Muss man doch irgendwas drücken? Hallo. Wieso komme ich da unten nicht hin? Ich bin aber voll scharf drauf hinzukommen. Da ist was. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Boah, wie komme ich da unten hin? Ah, da links ist noch was. Ne, ist es nicht. Doch, ist es. Was denn nun? Ist da was? Ah. Dachte ich doch. Ihr wisst ja, wer sucht, der wird belohnt. Dankeschön. Äh, so kommt man hier überhaupt noch klein raus. Ja, kommt man. War es das schon? Ja, war es. Gut. Sind wir jetzt wieder? Ach, wir sind nach wie vor klein. Oh. Ist natürlich nicht so prickelnd. Auch wenn das vielleicht vorteilhaft ist. Also hier definitiv nicht. Aber das ist cool. Hm. Wollte immer mal als kleiner Rayman spielen. Hm. Gibt es aber noch was. Holen wir erstmal das hier. Ja, geil. Als kleiner Rayman. Geben wir mal wieder den großen Leuten ordentlich auf den Sack. Hey, das ist so cool. Das ist so eine coole Attacke. Hier, guckt ihr euch es an. Ui. So. Boah, nee. Ich will das im Rennen machen. Bam. Einfach schön. Einfach schön. Mir gefällt es, wenn man so klein ist. Man sollte immer so die Lücken suchen, wo man klein ist. Huch, draußen regnet es ja. Was geht denn hier ab? Das habe ich erst jetzt gehört. Ups. Ups. Da wollte ich eigentlich nicht hinspringen. Aber ein Glück, wir bleiben klein. Weil, groß ist das hier sicher ziemlich schwer. Hm. Sicher. Nicht, wenn man den Level klein macht. Halt. Gib mir den. Gib mir den. Jetzt gib mir den. Und jetzt gib mir die. Jetzt lass mich hier drauf. Und gib mir das Herz. Dann lass mich den kaputt machen. Und ab in den nächsten Level sporten. Hey, das läuft echt gut hier. Geh weg. Halt. Ich will die Blase. Ich will die Blase. Gib mir die Blase. Gib mir. Gib. Ich will die Blase. Ich will die Blase. Ich will die Blase. Dankeschön. Noch eine Blase. Hä? Was ist denn hier? Alter. Das sind total verkackte Menschen. Immerhin eine Blase. Mit der Blase hätten wir jetzt schon genug. Dann müssen wir eben tauchen. Aber das ist jetzt wiederum hart. Ich will die Blase. Oh. Oh. Boah. Geschafft. Puh. Ah, wir haben hier sogar noch was. Oh. Oh. Okay. Das war nicht so die Hammeridee. Komme ich an dem lebendig vorbei? Ja. Äh. Kranker Level. Scheißspasten. Ach. Wo wurde ich jetzt eigentlich... Ach, da wurde ich wieder groß. Tatsächlich. Vielleicht soll mir diesen Levelabschnitt gar nicht klein machen. Ach, ich check's nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder... Jetzt lass mich da durch. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder groß. Ja. Puh. War doch ein cooler Level. Also mir hat er sehr gut gefallen. Wir haben zwar wieder mal ein Secret verschlafen. Aber der Level an sich war richtig cool. Ach ja. Und er wird zwar keine Party feiern. Aber wir kriegen unsere zwei Elekthoons. Und das ist ja momentan auch entscheidend. Ich will nicht wissen, wie viele Elekthoons wir im Nachhinein noch sammeln müssen. Alter. Scheiße. Und weiter geht's. Ach ja, klar. Man hört es, wie ich dich gerade mit den Knöpfen rumspiel. Just for fun. Wir bewegen uns immer mehr in Richtung 140. Auch wenn es verdammt viel ist. Armes, kleines Gänseblümchen. Ich will gar nicht wissen. Das Ding soll doch kein Gänseblümchen sein, oder? Legt sich sogar unser Rayman hin. Ein Level, bei dem er nach links gehen muss? Hat ich aber auch noch nie. Gut. Gott. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Dankeschön für die Legs, mein lieber Freund. Es ist ja nicht so schon schwierig genug. Ach du Scheiße, Alter. Das ist auch aus Rayman 1 raus. Hier, da gibt's auch so ein Part. Muss man hier schon abschätzen, was man lieber mag, oder was? Hör auf so rum. Boah, Alter, der hat Mundgeruch. Das sieht man richtig, was der für Mundgeruch hat. Nicht gut. Weg hier. Jetzt geht's auch noch nach rechts. Oh oh. Böses Gänseblümchen. Okay. Ich weiß noch nicht richtig, was ich davon halten soll. Kommt jetzt das Gänseblümchen wieder? Es scheint so. Schöner Run. Okay, da links gibt's nix mehr. Ach, da kommt das Gänseblümchen. Okay. Boah, fuck ey. Das ist richtig krank. Halt, ich will da hochrennen. Das war schon so gedacht. Aua. Ach, da muss man auf einmal umlenken. Der rennt also nicht ewig, wenn man die ganze Zeit auf der falschen Seite drauf bleibt. Hey, keine Ahnung. Ich bin noch nie so lange an der Wand gerannt. Ach, der rennt auch nicht ewig an der Decke. Sagt mir das doch einer. Oh, rettende Ra... Arschloch. Hu, hi. Da kommt das Gänseblümchen. Hallo. Hallo. Okay. Ach, da gibt's was. Oh, das war vielleicht nicht best... Okay. Wir versuchen das nochmal. Komm, hör auf. Du hast einen Mundgeruch, Alter. Okay. Nicht empfehlenswert? Fick dich. Ach, jetzt hat er eine Deule. Oh, das ist ja süß. Das muss wehtun. Ups. Äh. Alter.